Heute spielen wir Rocket League mit einem Gast und zwar mit Fyro LP Und das ist ein Spiel Ne, wir gehen kurz raus Fängt ja schon mal sehr gut an, ihr merkt Ihr habt bestimmt gemerkt Es ist jetzt etwas früher wieder Das liegt daran, dass wir einfach viel Zeit haben Ok, das ist ein Spiel Da steuert man so einen Wagen Ja gut, das habt ihr jetzt schon mal gesehen Und Ja Jawoll Okay Wenn es möglich ist, können wir auch zählen Stunden starten Also Leute, warte zehn Stunden auf Das war ein Scherz Ähm Schickt das noch nicht? Ne Jetzt, 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 jetzt Leute Das hat doch nur eine Minute gedauert Ja Weil ihr wahrscheinlich mein ganzes Klapper nicht anhören wollt Äh, hab ich unten einen Kommentar geschrieben Äh, da Da wo Da wo Ich geschrieben hab Ich wusste wann es anfängt Also um Ich schreib mal um Ach egal Ich werde es ja schon sehen Ich werde es ja schon sehen Also guck mal unten in die Kommentare Da wird sie stehen Okay Okay Ja Ja Achja Und eins muss ich auch noch sagen Ich bin nicht der Beste Aha Ähm Ja Ja Wir versuchen jetzt Ähm Etwas öfter Videos Oder Wie suchen wir das? Nicht davon Ja Das haben wir Damit wir auch die 50 Abonnenten schnacken Weil Ihr wisst ja Zum Beispiel Das sage ich mir in jedem Video Und ich weiß nicht mehr warum Und ich hab grad eigentlich Nee Ich hab das nicht gemacht Okay Okay Aber mein Freund hier Der spielt das natürlich schon viel länger Also Und dann Ich bin ziemlich schlecht Ich bin ziemlich schlecht Ja gut Der ist wahrscheinlich nicht der schlechteste Spieler Aber Ich muss mir noch nicht der Bia auf Der Beste wäre jetzt ein bisschen übertrieben Ich kann auch so scheiße Nein, 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 okay Ich kann auch so scheiße Ich hab ein bisschen Ich mach das, der spielt ja auch mal mal verlinken damit ihr es ausspielen könnt kostet 20€ also ja ist jetzt auch nicht wirklich wirklich billig hier hatten wir noch kein Tor vielleicht sollten wir dann mal ein Tor schießen das wäre ja mal ganz cool weil wir beide sind halt genauso oder schlecht oder schlecht was entscheidet jetzt nicht ohne Tor und es kann nicht sein, dass das ganze Spiel ohne Tor ich denke wir machen 2 Spiele und dann ich meine wir ich kann das jetzt nicht eine Stunde machen das wäre schlecht ich muss ja nicht sehen das wäre relativ das ist viel also ich will jetzt nicht eine Stunde aufnehmen Aua das hat wahrgetan was wir haben bisher noch kein einziges oh Gott das ist es ok ok ähm fubi 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 ähm wow ha 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 oh oh erste Wahlkontakt ok man kann das Spiel auch mit Kontrollern spielen aber der Kontroller kostet 32 Euro keine Ahnung wie viel das kostet aber er kostet auf jeden Fall mehr als das Spiel das irgendwie keinen Sinn macht bitte nicht 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 Nee! Nee! Scheiße! Wie wär's mit nem 3-Gol? Scheiße! Ah! Was zum... Ah! Was zum Teufel! Was ist mit mein Kontrolle? Äh, das war's nicht. Ah! Ich will so ein Free Gollum! Oh mein Gott, wir haben unser erstes Tor... Nein! Was? Oh mein Gott! Okay, let's go! Es steht 1 zu 4... Warte, warte, hat der gerade ein Eigentor gemacht? Okay... So, ab jetzt... Ach so... So, ab jetzt... So, ab jetzt... Okay... Oh, oh! Ach ja, bei 5 Likes... Ach ja, bei 5... Ach ja, bei 5 Likes... Äh, mach ich... Ähm... Mach ich noch mehr für dieses Spiel... Für das Team-Spiel, also let's go! Oh! Yo, 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 yo! Ich hab' den Ball, ich hab' den Ball! Und... Oh mein Gott! Es sieht nicht so schlecht... Ja, es sieht nicht so schlecht aus. Es sieht nicht so... Schuss, schuss... Es steht 1 zu 4, es sieht definitiv nicht schlecht aus... Das ist definitiv nicht schlecht. Also so gut hab ich das jetzt auch nie geschafft. Ich hab sogar mal ein Spiel gewonnen. Oh, ich mach gleich Rage mit Rage mit Rage mit Rage mit. Ich kann nicht rechnen. Hört man mich überhaupt? Ich weiß es nicht. Hoffen wir. Ich glaube das ist super spannend für Otto. Ey, das kann nicht sein. Jetzt war ich so gut auf den Spuren. Weiß was. Ich hab jetzt so gut auf den Spuren. Ich weiß nicht was ich jetzt mache. Das hier! Das aber nicht. Wolle ich davon. Ich hab grad so ne Hut auf den Spuren. Das merkt man ja jetzt überhaupt nicht. Das merkt man zwar nicht, aber ich hab noch rechnen. Was mach ich hier? Ich hab noch mal auf den Spuren. Boah Leute, ich glaube, ich sollte mir den Controller holen. Das geht so überhaupt nicht. Ich, ich drible die ganze Zeit, eigentlich mach ich, drible nur die ganze Zeit durch die Gegend. Und ich treff den Ball manchmal und ja, das war schon wieder. Also so spannend ist, ich spiele es auch nicht. Ich spiele es auch nicht wirklich oft. Ich hab da spiele es ein, oder wie kann ich es sagen. Obwohl ich spiele es noch. Oft ist für mich 15. Ich bin so blöd und mach ein Eck. Ah! Ah! Tschüss! Hashtag Gesundheit in die Kommentare. Bitte lass jetzt meine Chance. Ja ok, das ist wirklich meine Chance. Weil selbst wenn ich ein Tor habe, müsste ich in einer Minute nichts haben. Also so. Dass ich immer so lange Let's Plays mache, ist irgendwie simpel. Ich sollte mich per langspielenden. Und hier eine. Obwohl, dann bekomme ich... ...ein Abonnent mehr. Aber ihr vergesst nicht zu abonnieren, wenn... ... ihr das Video verfolgt wird. Und dann wenn dir der Kanal gefallen hat. Macht das Sinn? Wenn dir das nicht hilfalt, dann können wir so abonnieren. Genau. Ab jetzt ist es so. Wenn ihr ein Like macht, dann müsst ihr ein Abo machen. Ne, das wär... ...ein Abonnent mehr. Und dann... ...ein Abonnent mehr. Wissen ihr, das ganze Spiel beinhaltet einfach nur nur, dass ihr... ... zuguckt, ich Lama scheiße und... ... und... ... unser letztes Video hat es 7 Likes bekommen. Und 0 Likes. Und das ist relativ gut. Ich will jetzt nicht sagen... Hier kommt's the Molly. Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott. Eine Minute. Leute, nur eine Minute. Aber keine Sorge, wir machen zwei Spiele. Und... Alter Leute, ich könnte meine Eier hochkotzen. Und dann fresse ich meine Eier auf, so dass ich... Ach Gott. Komm, lass mich da! Ja! Ich muss mich noch laufen. Oh Gott. Okay! Komm. Komm geradeaus, laneaus. Oh! Oh Gott! Ja! Ja! Ja, jetzt daitous mal an! Und er... Okay, das war mit mir. Unterschluss. Und, äh, Unterschluss sage ich zu mir selber, alles klar. So. Äh, 30 Sekunden, irgendwer da spielt. Hab ich schon gesagt, dass wir zu nicht spielen machen? Ich glaube nicht, oder? So welche Scherze sind nicht mehr neu, so welche Scherze sind noch nicht neu. So, ich wäre froh, wenn... Ich hab 2 Goals, also... Alter, mein Tor... Meine... Meine Tore sind zu wenig. Alter. So, GG, good game. Gewinner IAS Team. Warte mal. Hä? Ich dachte... Ich dachte, er hat gewonnen. Nee. Er hat gewonnen und er gewonnen. Raketenspurt. Ja, jetzt anlegen. So, noch ein Spiel. Warte mal, ich sollte das noch... Ein Spiel, so. Sonst wird das einfach zu lang. Äh, mach jetzt mal ready. Ich muss erst ein Bruh. Äh... Schei... Bro... 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 Ich kann nicht sprechen. Dann... Okay, Leute, das war's. Äh... Das war's jetzt mit Rocket Lounge. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst einen Daumen hoch. Ja, abonniert für mehr. Ähm... Ja. Und wir sehen uns... Keine Ahnung. Bye. Und vergesst nicht zu abonnieren. T- T- T-